Jürgen, danke 2345 Zuschauer, danke an unsere Gäste aus Nürnberg in Kopenhauze und wir sehen uns hier am kommenden Samstag wieder gegen die SC Wienbrück, dann geht's in der Liga weiter und nochmal danke für eure Support, diesmal verstärkt von der Autobühne und wir freuen uns auf euch jetzt am Samstag.